Finde einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist, um dich auf die Meditation zu konzentrieren. Mache es dir bequem und atme tief ein. Spüre, wie sich dein Körper bei jedem Atemzug entspannt. Lasse die Hektik des Alltags hinter dir und schließe sanft die Augen. Diese Augenblicke gehören nur dir und es ist Zeit zur Ruhe zu kommen. Heute richte deine Gedanken auf den zweiten Grundsatz aus. Ein Kurs in Wundern, der besagt, Wunder an sich sind nicht von Bedeutung. Das Einzige, was von Bedeutung ist, ist ihre Quelle, die weit über jede Bewertung hinausgeht. Annimm diese Worte an und lasse sie behutsam in dein Bewusstsein fließen. Die Bedeutung liegt nicht in den Wundern selbst, sondern in der Liebe, aus der sie entspringen. Atme tief ein und spüre die Verbindung zu dieser Quelle, die viel größer ist, als wir uns vorstellen können. Diese Quelle ist nichts anderes als unendliche Liebe und Frieden. Während du ausatmest, lasse alle Gedanken des Urteils und der Bewertung los. Du bist bereits mit dieser Quelle verbunden. Es gibt nichts, was du aktiv tun musst, um daran teilzuhaben. Versetze dich in einen Zustand des Empfangens, atme ein und nimm die tiefe Liebe auf, die unaufhörlich aus dieser Quelle strömt. Mit jedem Ausatmen der sondierten Vorstellungen, was ein Wunder ist, und befreie dich von allem, was dich von dieser Liebe trennt. Wisse, dass die Quelle immer gegenwärtig ist, stets in dir wohnt und dich lenkt. Erlaube dir, einen Moment still in dieser Verbindung zur Quelle zu verweilen. Während du sanft ein- und ausatmest, fühle, wie du zum Kanal dieser Liebe wirst. Spüre, wie dein Herz erblüht und wie die Liebe in dir sich weitet. Ihre Strahlen werden durch Raum und Zeit gesendet, um den Frieden in die Welt zu tragen. Wenn du bereit bist, bringe deine Aufmerksamkeit langsam zurück, bewege sanft deine Finger und Zehen. Öffne behutsam deine Augen und erkenne, dass die Verbindung zur Quelle immer in deinem Herzen bleibt. Sie ist ein unerschöpflicher Begleiter, den du jederzeit wieder aufsuchen kannst. Damit du in Zukunft keine Videos verpasst, denke daran, den YouTube-Kanal zu abonnieren.